Er ist 1100 Kilometer gekommen, hör zu. Er hat die Polizei gerufen, hat gesagt Atlantiks will ihm was machen. Wir haben ihn genommen. Hör zu jetzt, hört genau zu. Ich wollte das nicht sagen, aber ich sage das, weil er so ein Mensch ist. Atlantiks ist gekommen, die LKA hat gewartet vor dem Bus. Die haben ihn genommen, haben ihn in Knast gelegt. Er ist zu diesem Café gegangen. Er wusste, Atlantik ist im Knast. Wo bist du, Atlantik? Wo bist du? Er wusste, Atlantik ist im Knast. Guckt mal, was für eine Show. Heftig. Heftig? Habibi, der, der, lass mal, hallo, ich habe gesagt. Warte, dieser Tag, ich.